Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung hier beim Tele-Stammtisch. Einer besonderen möchte ich fast sagen, denn mein Kollege und ich haben da schon etwas länger drauf gewartet und zwar auf den Film Girls State, eine Dokumentation von Amanda McBain und Jesse Moss, die vor vier Jahren bereits den Film Boys State gemacht haben, den wir wiederum vor über drei Jahren mal hier besprochen haben. Und wir, das sind auf der anderen Seite Sven, hallo und ich Paul und wir haben uns jetzt auch diese Nachfolgedoku zum Sundance-Gewinner Boys State angeschaut, den es seit dem 5. April auch wieder exklusiv bei Apple TV Plus zu sehen gibt. Sven, kannst du vielleicht, ehe wir so ein bisschen in die Doku einsteigen, kurz nochmal für alle ZuhörerInnen umreißen, was das Konzept hinter dem Boys State bzw. jetzt eben dem Girls State ist? 500 weibliche und männliche Teens aus ganz Missouri bauen in einer Woche eine Regierung auf. Kurz so quasi eine Politik-Simulation, wo sie da so verschiedene Positionen besetzen, so auch den Supreme Court und so weiter. Das Ganze eigentlich aufgetrennt, wie gesagt, wir hatten es ja vor Jahren schon mal mit dem Boys State, wo wir aber glaube ich nicht in Missouri waren, sondern in Texas, wo eben nur Jungs zusammen waren und da waren es glaube ich auch über tausend, die da zusammen Politik gespielt haben in Anführungszeichen. Und jetzt hier sehen wir quasi das Pendant dazu, den Girls State, wobei das auch noch ein bisschen, also in diesem Jahr, das dort porträtiert wurde, ist 2021, findet das in Missouri zum ersten Mal, dass diese beiden Girls State und Boys State zusammen an einem Campus stattfinden, aber immer noch voneinander getrennt. Also die Mädchen sind immer noch für sich und die Jungs sind auch immer noch für sich. Aber genau, die Doku, die konzentriert sich eben nach dem Boys State jetzt auf dem, was die weiblichen Teenager da, wie die damit umgehen, wie die das, wie die in dieser Politik-Simulation leben und agieren. Und bevor wir uns anschauen, was sie daraus gemacht haben, spiele ich euch mal kurz einen kleinen Zusammenschnitt von unserem Boys State Cast ein, ja um einfach nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu holen oder um das aufzufrischen, worüber wir da so geredet haben. Aber wie gesagt, die Grundidee finde ich gut einfach, um zu zeigen, so funktioniert das System, aber was dann halt auch wirklich zu Tage kommt, hat mir schon etwas Angst gemacht. Auch schon dieses Auswahlverfahren ist ja schon, nicht so schickst du da so mal eine Bewerbung hin, da gibt es wie so ein Gespräch, da setzt du dich hin, dort sind fünf oder so Hochrangige mit ganz vielen Abzeichen und so besetzt und dann wird erstmal aufgelistet, was die Eltern auch für Amerika getan haben oder so. Und nicht nur das spiegelt ja so ein bisschen das Amerika wieder, sondern auch ganz allgemein, wie Politik denn dort erstmal dargestellt wird. Denn Politik ist dort größtenteils ein Spiel zwischen zwei Teams, zwei Sportteams, die darum kämpfen zu gewinnen. Aber dann fängt ja auch dieses Social Media Gedöns an. Klar ist es ein Experiment, aber man könnte doch sagen oder zumindestens mal Richtlinien mit reinbringen. Ich weiß, die existieren heute nicht mehr, das macht man heute einfach so, das gehört zur Politik dazu, also zumindestens bei den Amerikanern, bei den Deutschen ist es noch nicht so schlimm. Aber ich meine, man will ja von diesem Trumpismus eigentlich weg, aber mit sowas wird es eher noch gefördert. Nein, man etabliert dieses System schon in so einem Camp, wo, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die Altersklassen sind, 15 bis 20 oder es sind glaube ich auch noch ein paar Ältere dabei. Aber du etablierst das System dort schon und dann wird sich das ewig so weiterführen. Sind wir mal ehrlich, wir wissen doch alle, wie es ist, nur Männer auf einem Haufen, das geht doch nicht gut. Das ist vielleicht das Nächste, was da nämlich noch zukommt, nicht nur, dass wir auch größtenteils weiße Männer haben, gut, jetzt sind wir in Texas, aber wir haben ja auch, wie gesagt, ein Boys State, nur Boys. Und das ist halt schon kritisch, wenn sich da 100 pubertäre Jungs über Abtreibung unterhalten, kann nichts Konstruktives dabei rumkommen, oder? Ne, und diese Ansichten, da frage ich mich wirklich, in was für einem Jahrhundert leben die? Und da verstehe ich nicht, dass man in so einem Experiment, weil wir haben rausgefunden, es gibt tatsächlich auch ein Girls State. Zudem auch eine Doku von denselben beiden Regisseuren, glaube ich, kommen soll. Ne, also gespannt bin ich da auch drauf, ob das da härter zur Sache geht. Ich glaube, die machen sich verbal runter ohne Ende. Ich glaube, da sind die Jungs noch harmlos. Ja, so sah das Ganze im Januar 2021 aus. Und jetzt sind wir hier, drei Jahre später, und haben Girls State gesehen. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie wir anfangen wollen, wollen wir einfach direkt reingehen und fragen, hat es denn die Befürchtungen bestätigt? Nicht, tatsächlicherweise nein. Ich dachte am Anfang, also dadurch, dass es von der American Legion, auch von diesen Veteranen gefördert wird, hatte ich tatsächlich die Befürchtung, das läuft genauso ab, bloß halt mit nur Mädels. Aber nein, es läuft tatsächlich sehr gesittet ab, aber man hat so diesen gewissen Unterton noch, dass man, ich sag's jetzt mal ganz salopp, die Mädels nicht so hart rannehmen kann, weil diesen militärischen Drill, den es bei den Jungs gibt, mit Fahnen tragen, also ich meine, den Salud vor der Fahne mit Eidschwören und so gibt's ja auch da. Das ist ja auch da nichts, das ist ja auch was ganz Alltägliches, auch was in den Schulen ja praktiziert wird. Aber diesen militärischen, zackischen Drill, den hast du da nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hab Boys State auch seitdem wir die Aufnahme gemacht haben, nicht nochmal gesehen. Und jetzt erst, als ich den Einspiel hier zusammengeschnitten habe, hab ich mir nochmal so ein bisschen angehört, worüber wir da geredet haben. Und auch diesen ganzen, was wir da herausgestellt haben, auch mit diesem Militarismus, mit den, du hast fast gesagt, mit diesem, es wirkte fast, als tragen sie alle Uniform, weil sie hatten alle dieses Boys State Shirt an und so weiter. Und das ist halt wirklich grundlegend anders hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das, ob ein Girls State in Texas da nochmal anders aussieht. Es wird sicherlich auch dann nochmal von, also von Stand zu Start da Unterschiede geben. Aber wir sind jetzt hier halt in Missouri und da wirkt das Ganze schon, also man erhält jetzt auch nicht genügend Einblick da in den anderen Boys State, der dann halt parallel stattfindet. Aber das ist tatsächlich schon ein Riesenunterschied. Allerdings, also du kriegst ja ganz kurze Einblicke mit. Also sie treffen sich, sie laufen am Campus mal aneinander vorbei. Da hast du halt dann, also ja, siehst du aber schon die, das haben wir auch so, dieses Gröhlen und dieses, das kannst du dort erahnen, ja. Ja, und auch wenn sie dann dastehen und auf den, auf den Footballplatz runterschauen und die Jungs da sich gegenseitig wieder aufpeitschen und gegenseitig anschreien und alles geil und yeah und Testosteron. Und die Mädels da stehen und denken, um Himmels Willen, ich bin ganz froh, dass ich eigentlich momentan keine Jungs sehen muss. Das fand ich dann schon sehr bezeichnend. Auch so diese Auflagen, die die Mädels kriegen und die Jungs natürlich nicht haben, weil die Jungs ja stark und maskulin und sonst was sind. Während die, ja, die, die Mädels dann, das heißt, ja, zieht euch nicht zu aufreizend an, keine Tops, schön oben bedeckt und die haben Aufpasser. Also, hm. Und morgens wird immer gesungen, geklatscht. Ja, das ist furchtbar. Da wird durchstrengend aufschwende mit morgens. An vielen Stellen, also, und, äh, liebe Zuhörerinnen, wir werden das jetzt immer so ein bisschen auch im Vergleich halt zu Boys State ziehen, weil sich, also, das ist halt so ein Companion Piece, auch wenn sie es halt an unterschiedlichen Orten und auch zu einer unterschiedlichen Zeit, also mit einem Jahr Unterschied jetzt, äh, dem, oder zwei Jahren so, nee, einem Jahr Unterschied widmet. Aber diese Vergleiche drängen sich halt auf, ähm, die Vergleiche versucht der Film auch so ein bisschen selber zu machen, worauf wir vielleicht dann noch, äh, kommen können. Aber auch die Themen, die behandelt werden oder die Themen, wozu sich die, äh, Mädchen hier dann positionieren oder welche Fälle, die eben verhandeln mit Supreme Court und Co., die sind ja auch ähnlich wie die, die auch die Jungs beim Boys State verhandelt haben. Es geht natürlich wie meistens um das Second Amendment mit der, mit den Waffen, es geht, äh, um Abtreibung und das wird hier dann aber eben aus der weiblichen Perspektive behandelt. Ja, aber auch da sind die Reaktionen, finde ich, das kannst du schon vergleichen. Also, das stimmt, also es gibt hier trotzdem natürlich die Positionen, die unterscheiden sich da kaum, also auch bei den, bei den Themen nicht. Nur, dass überhaupt erst mal bei den Mädchen schon einen Schritt weiter gedacht wird, dass vielleicht auch diejenigen am ehesten darüber urteilen sollten, die es auch am stecksten betrifft. Ja. Aber du hast recht, auch da gibt's natürlich, also, brauchen wir nicht politisch drüber diskutieren, auch da gibt's problematische Positionen und, äh, vielleicht auch das eine oder andere, äh, den einen oder anderen guten Gedanken. Auf jeden Fall. Also, es ist, ich dachte noch, naja, jetzt schauen wir mal, aber da siehst du halt auch so, finde ich, die, und die werden sehr gravierend dargestellt, diese Unterschiede zwischen einer Kleinstadt oder einem 300-Seelen-Dorf und zwischen einer etwas, einer Großstadt. Mhm. Da siehst du schon, also, die aus den Kleinstädten jetzt nicht alle pauschal über einen Kamm scheren, aber da waren ganz viele dabei, die gesagt haben, ich bin Christin, ähm, und ich bin gegen Abtreibung. Und egal, was du da mit, mit Argumenten gekommen bist, von wegen, was machst du bei Vergewaltigung, was machst du bei Inzest und dem ganzen anderen Krimskrams, ja, das, das wurde da auch nicht so, nö, 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 das ist, das ist Leben, das muss geschützt werden, komm damit klar so auf die Art. Und auch dieser Film kann das Ganze halt nur umreißen und diese Debatten sind ja schon so groß geführt worden und das zeigt ja hier jetzt auch nur die Abrisse von dem, was auch halt die in ihrem, im Alter da davon mitbekommen. Auch Klima ist so ein bisschen ein kleineres Thema, wie gesagt, ähm, äh, der Besitz, oder das Recht auf Waffen besitzt ist auch so, mehr oder weniger, äh, fließt damit ein, aber es bleibt halt wirklich so, so ein Abriss, um zu sehen oder um, um den, die Mechanismen der Politik so ein bisschen näher zu bringen. Es ist auch tatsächlich so, dass die, und das finde ich sehr fast, also das fand ich auch beim, beim Boys State, äh, beim Boys State sehr faszinierend, wie ernst die das nehmen. Also, Gewinn und Verlieren, klar, liegt in dem Fall wirklich nah beieinander, es werden auch hier versucht, Koalitionen zu bilden, aber nie so aggressiv wie bei den Jungs. Es ging nie darum, so richtig die anderen zu diskreditieren. Ja, und was wir ja bei den anderen auch, weil das ist mir, ist mir auch nochmal durch den Zusammenschnitt dann aufgefallen, dieses ganze Social Media Ding, das spielt hier so eine untergeordnete Rolle. Ja, es ist auch so, diese, diese, diese Zeitung, diese dann, die auch die Jungs zu lesen kriegen, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt und da hätte ich mir tatsächlich vielleicht gewünscht, zu gucken, wie der Unterschied ist, was erreichen die Jungs, was erreichen die Mädchen und eventuell beide zu einer Diskussionsrunde einzuladen. Ja. Das fände ich, glaube ich, noch einen Ticken interessanter und ich glaube tatsächlich, dass die Mädels da wahrscheinlich in fast allen Bereichen oder mehr jetzt sogar in allen wirklich überlegen sind. Ja, das ist sowas, also dieser Vergleich auch zwischen die beiden, das ist etwas, was in den letzten, in der letzten Viertelstunde oder so nochmal so richtig, also zumindest nochmal so ein bisschen in den Fokus rückt, wenn nochmal dann auch untersucht wird, okay, wie sind denn auch die Voraussetzungen für den Boys Date und wie sind die Voraussetzungen für den Girls Date. Natürlich ist es so, dass der, dass der Boys Date mit viel mehr Geld und so weiter gefördert wird oder dass da die Organisation auch eine ganz andere ist, wie jetzt auf dem Girls Date, aber auch da finde ich, wagt sich die Doku oder halt dann auch da eben der Girls Date an sich nicht so richtig tief darin vor, leider. Ja, was ich ganz gut fand, ist, dass sie auch, also sie haben ja diese Unterschiede auch teilweise bemängelt, dass sie gesagt haben, was soll denn das, die Jungs dürfen damit oben ohne rumlaufen und wir werden in Nonnenkleider gezwängt. Da habe ich mir auch gedacht, ja, nee, gut, sagt's, sagt's ruhig und das, das hat mir gut gefallen. Ja, also wird allerdings dann auch ja so ganz komisch abgewürgt, also aber auch, wie gesagt, da wird jetzt von der Dokumentation jetzt nicht irgendwie investigativ noch irgendwas in die Richtung gehend versucht zu bewirken oder herauszustellen, sondern die, die bleibt da schon recht seicht. Ich fand's ja auch ein bisschen jetzt nicht langweilig, aber bei den Jungs war schon mehr Pep drin. Also ich fand's ja erstmal so, die Doku an sich war eigentlich das Einmaleins des Dokumentarfilmmachens, also da war jetzt nichts, was irgendwie herausgestochen ist. Ich hab jetzt Boys State, wie gesagt, seit drei, vier Jahren nicht mehr gesehen, meinte auch, dass das da noch mit einem anderen Bogen aufgezogen wurde, also mit einem anderen Spannungsbogen aufgezogen worden war, weil hier die letztendliche Wahl zum Weiblichen Governor, die geschieht halt irgendwann im letzten Drittel, aber ist auch nicht so, wird auch nicht so richtig drauf hingearbeitet, hatte ich das Gefühl. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob's beim Boys State tatsächlich so viele, in Anführungszeichen, Figuren oder so viele Persönlichkeiten waren, die man da gefolgt ist, wobei, das kann schon sein. Aber irgendwie hatte ich hier, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, so schon manchmal Mühe da, den Überblick zu behalten, wer denn wo jetzt ist. Aber die eine hat zum Glück immer wieder erwähnt, dass sie ja konservativ ist, da wusste ich, okay, du bist das. Aber ja, bei den anderen war das schon teilweise ein bisschen schwieriger. Ja, es stimmt. Wobei halt auch hier einige, ja, was du ja schon erwähnt hast, einfach hervorstechen, das ist einfach so. Und ich find's auch sehr beeindruckend, wie professionell einige sind. Und das in dem Alter, ja, also in dem Alter, hab ich noch in der Nase gepobelt und hab's weggeschnippt und mich drüber kaputt gelacht. Und die sind in allen möglichen Bereichen engagiert, die machen hier soziale Arbeit, dann sind sie in irgendwelchen Clubs, wo sie noch was machen. Und dann denkst du, okay, gut, ich hab meine Jugend ziemlich verschwendet, glaub ich. Aber du siehst halt auch klar, was da die Vorbilder sind, was da die, oder dass die auch schon wissen, in Anführungszeichen, woran, oder wo's hingeht, oder was die, also woran sie sich orientieren. Weil beim Boys Date, ich hatte das Gefühl, es ging noch weniger um die Themen eigentlich. Hier bei Girls Date, man hat auch wirklich versucht, sich da vielleicht zu unterhalten und da auch auf einen Konsens oder irgendwas zu kommen. Aber es ist natürlich diese Wettbewerbsmentalität, die war natürlich auch hier da, so von wegen, ich muss so viele wie möglich jetzt ansprechen, damit ich von so vielen wie möglich eine Connection habe und die mich dann vielleicht wählen. Also dieses so bisschen fernab des Themas, das steckt hier natürlich auch da und ich meine, ja gut, was willst du da machen, wenn das, das fördert halt nur den, den, die Desimulation. Ja, also ich denke auch, dass da die Eltern natürlich hinten dran hocken und ordentlich pushen und bestimmt auch in höheren Positionen manche sitzen, um das Ganze auch nochmal zu sagen, hier komm, gib Gas. Was mich auch so ein bisschen gewundert hat, ist, einige der Mädchen haben, oder der Ladies, haben ziemlich viel Privates erzählt und das relativ schnell. Also irgendwie kannten sich nur ein paar Stunden und dann hat die eine schon erzählt, ja gut, nee, das war in dem Gespräch, aber trotzdem, also zu sagen, die Eltern, also Vater gestorben oder die Mutter gestorben und auch so wirkliche harte Schicksalsschläge, die man eigentlich jetzt nicht jedem anvertraut. Das hat mich auch so ein bisschen... Ja, aber auch allein, dass die, dass die Doku das so aufbereitet, hat schon fast so Anleihen von Reality-TV. Ja, sie haben halt wirklich ein paar, ein bisschen Potenzial haben sie echt liegen lassen. Und bei einigen Themen hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht, dass man da ein bisschen mehr drauf eingeht. Sowas, ein recht oberflächlicher, aber doch interessanter Blick. Und ja, ich bin mir als mal nicht so ganz sicher, ob das das Engagierte, was ich vorhin gesagt habe, nicht auch dazu führt, dass du einfach auch zu schnell erwachsen wirst, weil einige hatten überhaupt nichts Teenie-artiges mehr. Und dann gab es wieder andere, wo du einfach gemerkt hast, okay, da ist noch was Kindliches drin. Während, wie gesagt, einige halt wirklich so dermaßen abgeklärt waren, dass ich gedacht habe, okay, klar, dein Weg ist bereitet. Und auch schon, genau, eben auch schon in ihren Positionen tatsächlich so fest, dass du sagst, okay, du bist, sie ist 14, aber sie wird wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit von dem, was sie sagt, auch noch in 20, 30 Jahren genauso agieren. Genau, ja. Gemischte Gruppen hätten mich auch mal interessiert. Gemischte Gruppen, ja, ich habe es auch schon in dem ersten Cast gesagt, ich weiß nicht, wo das stand, aber irgendwann mal so eine Rede von einem People's State. Ach, stimmt. Wo halt alle Mädchenjungs oder auch alle anderen Geschlechts da mit dran teilnehmen können. Was vielleicht aber auch zur Folge hätte, dass wir dann halt den Effekt erleben, dass das nicht gerade empaunt ist, sondern da nur jene Strukturen, jene diskriminierenden Strukturen reproduziert, die wir eh schon haben und das dann eh nur die Jungs die ganze Zeit labern. Deswegen finde ich es jetzt mittlerweile also okay, dass man jetzt auch hier den Girls-Date mal in der Form beleuchtet hat, aber ich glaube, dass das auch noch tiefgründiger geht. Ja, es war schon ein bisschen arg oberflächlich, das stimmt. Das hatte tatsächlich auch schon so Club-Urlaub-Feeling. Ja, wenn die Animateure dich dann morgens schon cachen und du nur nicht weißt, was los ist und die sagen, alles klar, jetzt gibt es den Club-Dance und die haben ja auch dieses Girls-Date-Lied und da ist wirklich alles so auf, ach Gott, es passiert nix, alles, alles, es ist alles, es ist ein Safe-Space. Wollt es sein, dass das von der Organisation her auch jetzt nicht so, also du hast es am Anfang auch schon gesagt, dass so vielleicht noch ein bisschen mehr mit Samthandschuhen angefasst werden, wie die, wie die. Ja, es ist ja halt auch, wie gesagt, also mit dieser Kleidervorschrift, ich glaube, am liebsten wäre es denen wahrscheinlich, dass du in so ein nettes Kostümchen gepackt wirst, dann nebenher dackelst und eigentlich die ganze Zeit rutscht. Die Schnauze hält. Aber das schneidet der Film kurz an oder er zeigt das kurz, aber dann lässt er das einfach liegen und lässt das nicht da weiter genutzt und bleibt letztendlich halt in diesem, die Jungs sind da drüben, die Mädchen sind hier oder halt dann innerhalb von den Mädchen dann, ja, hier gibt es die Liberalen, da sind die Konservativen, der, der bricht das kaum auf irgendwie. Und deswegen fand ich es letztlich ein bisschen enttäuschend. Ja, jo. Na gut, dann haben wir jetzt hier nach drei Jahren die Antwort auf unsere Frage erhalten, wie es mit dem Girls State denn aussieht. Vielleicht bekommen wir ja in ein paar Jahren auch eine Antwort, wie es in einem People State aussieht. Jedenfalls könnt ihr Girls State, also auch Boys State auf Apple TV Plus sehen, da sind diese beiden Dokus inkludiert. Ich bedanke mich schon mal bei dir, Sven. Gerne. Und wer mehr von dem Duo von Sven und mir hören möchte, dem empfehle ich mal ganz uneigennützig unsere letzte Masterclass. Eine kleine Spielshow hier beim Tele-Stamm-Tisch, wo verschiedene Teams gegeneinander antreten, unter anderem ich und Sven. Gut, Sven hat mich im Vorfeld ein bisschen in die Serie Die Sopranos eingeführt, was ich noch nicht kannte. Und dann haben wir uns mit zwei anderen Teams gemessen, wer mehr Fragen zu einem Thema beantworten konnte, wovon er vorher halb 30 Minuten, aber sonst noch nicht mehr gehört hat. Ist ganz gut gelaufen. Da, wie gesagt, könnt ihr gerne mal hier reinhören beim Tele-Stamm-Tisch. Ich weiß nicht, Sven, was hast du noch zuletzt so besprochen hier? Was ich zuletzt besprochen habe, war Crooks mit dem Stu, von dem ich mir jetzt auch eine Decke geholt habe, so wie bei Girls Day. Mit einem schönen großen Motiv drauf, wo ich mich abends reinkuscheln kann. Ansonsten, die letzte Movie Cannibals, oh Gott, das waren in letzter Zeit recht viel. Ach, Shogun. Uh, Shogun haben wir auch noch besprochen. Ja, also wie ihr hört, wir haben hier ganz viel von unterschiedlichsten Streaming-Anbietern und auch natürlich ganz normale Kinostarts. Und dann sage ich danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.